Salihamidzic Zu zwei Erfolg bei der Werkself, ich finde die Idee sehr gut. Schon bei der Asientour im letzten Sommer war klar, dass er als Trainer gern einmal beim FC Bayern aufschlagen möchte. Ich begrüße das sehr, denn wir holen gern erfolgreiche Spieler zurück. Dafür soll der 39-Jährige nach der Weltmeisterschaft 2018 in Russland seine derzeitige Tätigkeit als Stürmercoach im Trängerteam von Bundestrainer Joachim Löw beenden. Sein Vertrag beim DFB endet am 31. Juli, wodurch der Weg für ein Engagement beim FC Bayern München frei wäre. Zwischen 2007 und 2011 war Klose für die Münchner auf Tore jagt gegangen. In 150 Spiele erzielte er 53 Tore. Video, so kam es zum Kovac-Jahr zu Bayern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017